Und genau so sieht es aus, da schnauft der Vorhörer und jetzt, da schnauft der Hinterhörer und jetzt, da schnauft ein Tier, der die Köln ist, und manche Hüstensohn hat sich schon als Vorderhörer und Anahe gesehen. Und jetzt, da schnauft der Vorhörer und jetzt, da schnauft der Vorhörer und Anahe gesehen. Achtzig Doppel D, hab ich gesagt, ne? Ne, guck doch mal hier, Extensions drummen, das ist doch, ne, oder? Uff, und man sieht meine Brüschhase, tut mir sehr leid, ist das eine jugendfreie Show? Dass du dich nicht schämst, mit diesen Schuhen auf die Höhne zu gehen. Mit diesen Schuhen gehst du auf die Höhne, schäm dich. Die Schuhe hatte ich an, als Volker den Litzen weggebracht hat, die haben sich gebogen vor Lachen. Muss doch schon lange her sein. Freunde, ich bin auch ein bisschen verstaubt, die Schuhe. So, jetzt brauchen wir einen aus euren Reihen. Wir brauchen einen Kandidaten, einen jungen Mann. Das war's für uns. So, jetzt ist die Schuhe. Danke, danke, danke. Dann geht's dir noch ein bisschen, danke. Vielen Dank.